Ich habe mal lange Zeit Leichtathletik gemacht und wollte damals auch tatsächlich Profiläufer werden. Der beste Rat war, sich nicht zu verstellen, um in irgendwelche Gruppen oder Freundeskreise reinzupassen. Ich glaube, ich wäre ein ganz guter Psychotherapeut, wenn ich den Weg gewählt hätte, aber bin das Ganze nie angegangen, aber ich glaube, das könnte ich ganz gut. Ich habe kein so konkretes Vorbild, bei dem ich alles gut finde, wo ich alles nachmachen würde, aber es gibt so Teilbereiche, wo ich Personen ganz spannend finde, zum Beispiel den US-Ökonom Tyler Cowen, der ist für mich so ein Leitbild, wenn es darum geht, wahnsinnig viel Informationen parat zu haben, die Informationen zu verknüpfen und irgendwie immer neue Ideen zu bekommen. Ich glaube, ich bin neugierig, bin ehrgeizig, habe ein gutes Durchhaltevermögen, aber kein konkreter Werbespruch. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Er hat nichts bewegt. Tugii 2 Edition – Inspiration für Meinungsmacherinnen – Inspiration für Meinungsmacherinnen – Inspiration für Meinungsmacherinnen Untertitelung des ZDF, 2020